Schwing- und Tanzböden von Tüchler Große Kunst braucht ideale Bedingungen. Große Tanzkunst braucht einen perfekten Boden. Das ist unser Maneo Classic, ein flächenelastisches Schwingbodensystem, das es in vier Dämpfungsvarianten gibt. Und jeweils in der Ausprägung für fixe Installation oder für portable Installation. In Summe verlegen wir weltweit mehrere tausend Quadratmeter pro Jahr. Der Maneo Classic Schwingboden schont Gelenke und Sehnen und ist damit ein ganz wesentlicher Beitrag für die Gesundheit der Tänzerinnen und Tänzer. Absolute Präzision ist hier oberstes Gebot. Der Schwingboden von Tüchler entspricht mit seinem spezifischen Aufbau auf perfekte Weise den Anforderungen aller Arten von Tanzkunst. Der Boden arbeitet mit und vermittelt den Tänzerinnen und Tänzern das Gefühl der absoluten Kontrolle über ihre Bewegungen und Intentionen. Beim Aufbringen des Bodenbelags kommt es auf jeden Millimeter an. Jede noch so kleine Verschiebung kann ein großes Kunstwerk ruinieren oder sogar zu Verletzungen führen. Tüchler verwendet daher das extra breite Klebeband Pickit. Das erleichtert das Verlegen und bietet mehr Sicherheit. Wobei Tüchler immer darauf achtet, mit perfekten Materialien zu arbeiten. Wenn wir das richtige Material nicht haben, dann suchen wir es weltweit oder entwickeln es mit unserem Team selbst. Manero Classic Tanzböden sind immer Präzisionsarbeit. Sie werden genau für die jeweiligen Gegebenheiten maßgeschneidert. Tüchler bietet den perfekten Boden, auf dem sich die große Kunst des Tanzes entfalten kann. Denn das Geheimnis der Faszination ist die Präzision. Das gilt für die Kunst und es gilt gleichermaßen für das Material und die Technik, die dahinter steckt. Ob in großen Häusern oder in renommierten Tanzstudios, ob für temporäre Veranstaltungen und Festivals oder feste und dauerhafte Installationen, auf Tüchler tanzt die ganze Welt. Typisch Tüchler.